was geht ab meine lieben freunde aufnahme nummer zwei wort wasser und feuer folge vier ich bin neuer mein kollege ist wasser deswegen wundert euch nicht wenn wasser immer rein ich ich war es nicht schreibt mir in die kommentare was sie gerade als letztes gegessen habe weil anscheinend schmeckt sehr lecker habe ich gehört von meinen kollegen oder du hast doch gesagt dass kacke sehr dank er hat es gerade bestätigt hallo ich muss doch das letzte einsammeln ja wie okay spiel spiel jetzt spielt mein kollege bist du dumm ja guck das weiß ich guck der schießt schon mich rein der ist schon schlecht toronto hase alter hallo geh doch auf deiner seite drauf bleib doch stehen da sei mal besser als seine schuld dass wir jetzt dass wir jetzt nicht in der richtigen zeit geschafft haben kommentiert mal wieder wer besser war aber ist sehr viel wichtiger dass sie kommentiert was ihr jetzt erst gegessen habt die kommentare wir haben noch nie wir haben bisher immer eure kommentare angeguckt ja also wenn ihr das seht dann kommentiert ich hab gar nicht erwähnt dass sie getauscht haben ähm das level boah wieso hab ich so hast du dich so fett gewusst okay spiel wie soll man da durchkommen lass mich doch vor mann kack ey wie hast du mich grad gerott also sie leute könnt ihr bitte reinschreiben dass äh dass gamer 7000 viel besserer name ist als alex let's play als alex let's play 200 da wäre ich euch sehr dankbar bam warte ich bin gangster nein ich bin kein gangster ich bin gamer 7000 ja und dann versuch mal die plattform nicht so zu ja ist so selber besser in jedem in jedem spiel ich bin besser als Minecraft sind wir bist du nur in survival besser weil ich nie survival spiele weil ich survival langweilig finde weil creative viel besser ist gell schreibt mal rein in die kommentare ist Minecraft survival oder creative die 3 ey danke übrigens für die 40 views auf teil 1 von der reihe ja das wäre schmackofatzig wenn wir da 100 views schaffen würden was wir lieben werden aber wäre schmackofatzig aber was gibt es doch für sachen die anstehen die wir besprechen müssen wöhm wollt ihr mitgliedschaften machen das kostet da halt so 3 euro im monat aber dafür seid ihr mitglied von unserem youtube kanal das ist doch voll geil er rastet wieder aus ich bin auch besser hast du gerade meinen echten namen gelegt wir müssen alle videos runter äh ey bist du dumm weil ich gleichzeitig was ich hätte es doch geschafft wieso bist du gestorben ich bin aber nicht schwul ja meine lieblings vermissen lieben wer kennt es nicht ey leute wir haben gerade so einen heftigen lach kick und wir haben gerade getauscht die eine runde weil er gerade gesagt hat dass mein dinger viel einfacher ist schon cringe ne ba bam 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 easy schaffst du schon Alter Das ist doch perfekt Hey Wir tauschen auf ernst Mann Was bei deinem Wieso müssen wir immer auf deinem PC aufnehmen Nein Spaß Nein Spaß 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 Ja ich habe mir einfach Aus der wilde Pony geklaut Ey damit habe ich 10 Cent gespart Das ist voll krass Weil die Polizei hat mich erwischt Da musste ich 30 Milliarden Euro bezahlen Dadurch habe ich 10 Cent gespart Ey ich würde Wenn ihr den nicht hören könnt Tut mir leid für euch Jetzt könnt ihr definitiv hören Ich bin so viel schlechter Ja ja ne Ich verdrück jetzt deinen Arm Ja Ne mach ich nicht Nein Nein What the fuck Oh mein Gott Das macht ja voll Sinn Zuerst das zu machen Dann bin ich ja auch drauf gekommen Ey wenn du jetzt stirbst bist du Opfer Dann bist du KSC Fan Ach scheiß auf die zwei Jams Ne Also Wir machen ja am Ende eh eine Folge wo wir alles noch meinen Jetzt nur noch 4 Level Ja wir haben gerade Charaktere getauscht Man stimmt wirklich Bam Jetzt haben wir wieder zurückgetauscht Wieso wirst du gestorben Wir haben auch nur noch 4 Level Wie viele haben wir bisher gemacht 4, 3, 2 Das ist schon hobbylos Leute wenn euch das Format gefällt dann like Dann drückt auf den like button Spam den richtig zu Wenn euch das Format nicht gefällt Macht dasselbe Aber Wenn euch das Format nicht gefällt Dann müsst ihr einen YouTube Account erstellen Und abonnieren Ja Und ähm Also geht mal auf den Kanal von diesem Äh 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 Den wir abonniert haben Weil das bin einfach ich Aus der dritten Klasse Und ähm Ja Guckt mal in die Beschreibung Guckt mal in die Beschreibung vom letzten Von Dritten Teil Äh Vertraut Vertraut einfach Guckt mal in die Beschreibung Okay 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 Ja das ist tatsächlich Ähm Nicht äh Doch ihr werdet da voll gerinkt wird Bist du dumm Bist du dumm Bist du Nein ich bin keine Mülldeponie Der hat da vier Kinder drauf geschickt Hey Da musst du echt mal ein Mikro holen Ich bin gesprungen Ich hasse dieses Spiel Sag mal ob wir ein Merch rausbringen wollen Sollen wollen Polen Ich hab ne Ich hab ne Ich hab ne Polenallergie Mein Spaß Der kam zu krisisch What the fuck Ist mir so egal Wir speedrunnen das jetzt trotzdem Bist du dumm Wieso stirbst du Wärts uns durchspielen können Hallo kennst du nicht den Wandlitsch Oh jetzt musst du Nein 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 Wir haben dich verkackt Wir spielen das jetzt Ey wir haben's doch Nein Wir haben's geschafft Das machen wir am Ende Schreibt mal alle Anti Alex In die Kommentare Danke Ich hab euch letztes Kacke gegessen Ja ihr sollt Ein Merch rausbringen Das haben wir doch gefragt Ich bin mit Absicht gestorben Weil ich will das Ganze durchspielen Nee Wir haben's vergackt Nee Ja Die hören dich nicht Sammel jetzt zwei zu ein So geil ist das Sieh Mach einfach Nein haben wir nicht Auf einmal kommst du Ja Schlag ich Dann schlag ich dir die rüber ab Okay der kann Der kann Böse Und jetzt Auf was So Nee was muss ich jetzt machen Und jetzt ist es rüberschieben Nein warte ich muss den Teil rüberschieben Fuck Ja Nein Doch Doch Ja passt so auch Wir hätten's aber auch clean machen können Aber es ist erstmal scheißegal Wenn du jetzt verkackst Ich töte mich In real life Scheiß Ich wollte nicht töten Geil Das wird unser längstes Nee Das wird unser längstes Hallo Wir haben eine halbe Stunde lang Roblox Zitane Ja was ist das für ein devil Ich bin da Ich bin da Jetzt Bruder 22 Sekunden 23 Ja Nein Okay okay das war clean Das war clean Ganz ehrlich Könnt ihr mich nichts erzählen Ja So geil Oh mein Gott was ist jetzt Schieb mal den Ball runter Aus Prinzip Jetzt Schieb's den Ball runter Nein kannst du gar nicht Okay Ah ich musste Hast du hart meinen Namen gelegt Immer wenn du jetzt Oskar sagst Mach ich das Gar nicht Du hast ihn doch schon davon gelegt Sollen wir mal ein Video mit Facecam machen Bist du dumm Bist du dumm Wie soll ich da jetzt runter kommen Denk mal nach in deinem Gehör Denk mal nach in deinem schwarzen Gehör Du ne Ich hab hier unter ner Minute Unter ner Minute Ist Ah Braucht mir halt Okay Das war's mal wieder mit diesem Video Äh tschüss Tschüss Nix da tschüss Ich hab jetzt das Schlusswort Denn wir Werden Bei 100 Likes Auf diesem Video Richtig Fettes Special machen Wo wir Sechs Minuten Bierpong In einem Livestream spielen Tschüss